Also die EBS und das Studium hier war für mich nachhinein bebetrachtet die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Es ist keine Garant für Erfolg, aber es war ein Sprungbrett, auf das ich gesprungen bin und was mir geholfen hat, meinen beruflichen Weg zu gehen. Der Reingang ist natürlich schön, aber das Beste, was ich vom ganzen Studium mitgenommen habe, ist die Möglichkeit zwei Semester im Ausland zu studieren. Das war mit Abstand die beste Erfahrung, die ich machen konnte. Als junger Mensch wusste ich damals noch gar nicht, was ich wirklich machen will und die EBS öffnet einem unglaublich viele Möglichkeiten, ob das Unternehmen, Branchen sind, wo man hingeht und die Kunst ist wirklich, als Student schon während des Studiums, möglichst viele Optionen sich anzuschauen und dann trotzdem auf die innere Stimme zu hören, um das zu machen, was man wirklich machen will. Ehemalige haben mir mal einen Mythos mit auf den Weg gegeben. EBS, das steht für Enjoy Being Special. Die Kunst ist, es auch richtig zu verstehen. Das heißt nicht arrogant zu werden, sondern eher eine selbstbewusste Demut zu leben. Und das bedeutet für mich EBS Spirit.